so ihr lieben da sind wir wieder bei the forest und wir sind also ich bin dann darum sind wir jetzt wieder hier und wir sind also ich bin dann wo ich gerade gemacht habe bin ich aus dem wasser und dann kam er und sind gleiche sturm sind in der höhle aufgewacht da konnte ich dann wieder raus aus der höhle war konnte ich naja was man eigentlich in der vorigen folge machen wollten das habe ich noch nicht sag mal gleich habe ich so ein kleines zelt zum speichern gemacht und jetzt immer halt woanders jetzt rauszukommen aber ich würde sagen also in der höhle habe ich eine karte gefunden aber ich würde sagen wir wenn es dann fertig mit laden ist wir gehen wieder runter ans wasser so dass zur stürmer weil sonst wird das immer wieder auf der karte angezeigt so wir müssen dahin wurde haben wo ist das symbol aber noch was zu trinken dabei das wird ein langer weg schon was essen ja also wenn du was essen sollt immer bloß die blauen essen die roten bärben sind alle nicht gesund ich habe doch schon wieder was laufen brauchen ich habe doch ein bisschen zeug sammeln nebenbei ich weiß gar nicht wo ist das anzeigen haben wir uns so ein spermo treffen wir den damit noch ein theater klitsch darum habt ihr das jetzt gesehen wird nur wer essen brauchen könnten zwar die ex- und mitnehmen ich würde lieber erst einmal gerne dass wir wir klären schützt bauen auch geklärt schutz zum ohrvoll blätter kann man mitnehmen doch mal dass da unten verbranke immer blätter mitnehmen und wie weit ist das gestion jetzt wo wir sind mitnehmen aber ich glaube blätterung ist mal jetzt hier stecken müssen wir dann bloß noch sammeln der war ja auch kopf und so hier fängt sich doch noch an zu regnen jetzt geht noch hier bleiben ich glaube wir bleiben hier sind hier hier sind nur fische oder könnte man eigentlich auch bauen hier fische drin nicht ja nicht da ist die plätze jetzt wollen wir nicht mitnehmen da kann man auch laufen oder kann man wenchen sammeln noch mehr koffer schau wenn man abgestürzt ist das geld wichtig hauptsache geld aber man muss eigentlich keinen tappen wenn wir nicht brauchen aber jeld beim abgestürzt da war nie erschreckt mich nicht so liegen aber viele koffer doch hier licht aber viel vielleicht irgendwo topf topf wäre nicht schlecht ein topf cool nein jetzt alles mitnehmen nein du sollst darauf halten noch mehr koffer auch mal lauter wir müssen kommen nicht bald ans wort ja da aber ich bin ja wirklich noch mehr koffer alles mitnehmen was sind das hier? Medikamente? ich glaube schon da können wir eigentlich die Koffer hier lassen für die Sachen da können wir nämlich hier auch aufbauen hier haben wir Wald Wasser und noch ein Koffer genau Speicher braucht man jetzt nicht ich würde sagen wir bauen hier Wasser hier ist schön hier ist schön nur bloß mal gucken wo man dann Schildkröten finden aber da brauchen wir bestimmt bloß am Wasser löwen erst mal Feuer so so das Essen machen können dann die können wir uns ja schon mal hinstellen so so zurück so so und hier sind gleich Essen Essen ja Essen Feuer 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 heiß auf oh hier gibt es vier Essen gut ach da weiß ich was wir uns auch noch hinstellen müssen wir mal gucken hier und zwar hier wo ist denn das so hier so hier so hier so hier 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 so hier so hier ist das ich will die tür sie richtung aber ich wollte noch ja wir müssen spart die spau ach was braucht man ja auch stimmt jetzt zum wald aber wir sollten erst mal was im speichern und schlafen ja so vier stückchen oh nein nein nicht schön über die weg Geh weg! Geh weg! Ah nein! Weg! Schnell! Ach, das Tier muss zur Zeit nicht kommen. Ach, die blöden Viecher! Und mehr! Schnell! Boah, die sind ja aggro! Oh, Manuel! Oh, Manuel! Oh! 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 Nöte 4. Oh, schlafen. Das ist immer blöd, dass es immer gleich kaputt geht. Öl, teures Buch kaputt. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. So, essen müssen wir auch was. Essen müssen wir ja auch bitte was. Ach nee, das war zu viel was. Nein. Ach, das riecht nicht. Ne, muss man. Na? Äh, noch ein bisschen Echsenhaut sammeln. Da war ich mal ein Feuer machen. Ein Feuerchen. Ja, ein Hugo. Oh, wir haben keine Stöcke. Wir haben keine Stöcke. Da. Ein Haufen Rehe. Wir haben keine Stöcke. Oh. Was schönes war das hier mit drin? Ja. Aber es wird jetzt noch nix bringen, weil es regnet. Ah, mit der Feuer, heiß, 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 heiß. Das ist ja gut. Jeden Schritt zu weit. Aber ich habe es mit meinen Feuerungen. Also, keine Angst. Boah, wir haben bloß noch sowas. Na ja, gut. Reicht erstmal von Anfang. Reicht erstmal von Anfang. Da. Da. Da kommt. Essen. Hoffentlich. Ach, da ist das. Genau das hier wollte ich haben. Ach, eh ein Stock bitte. Ach, eh ein Stock bitte. Da. Nein! wenn man nämlich das essen trocknen wird es nicht so schnell schlecht das ist schon schlechter das kann man wegschmeißen schmeißen und zeigt nur noch essen an aber jetzt noch nicht das schlechte aber wir brauchen bäume annehmen sollte das war doch so zum speichern brauche ich bin doch so ding weil es ist ja gleich schon wieder feierabend vier das war nix wir müssen erstmal basislager finden uns bauen wo man alles schön sammeln können und dann kann man die höhlen und die ganze insel erforschen ich würde sagen ich speichere hier und dann sehen wir uns in der nächsten folge würde ich sagen okay gut ihr lieben dann bis zum nächsten mal tschüss mich hat auch für euch